Jo, meine Freunde, was geht? Grumby Grumbo Wet. Dankeschön für den Tier-One-Sub, den du hier versteckst. Danke, sehr ehrenhaft. Abonniert Active User. Wisst ihr, Leute. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum seid ihr noch Jungfrauen? Antwort, schaut ihr in den Spiegel. Aber das, was ihr euch wirklich fragt, wie groß kann YouTube schon sein? Wenn man denkt, man kennt eigentlich schon so alle großen YouTuber so, weil die auch mehr oder weniger gemeinsam Sachen machen. Ah, Rezo-Video über Corona, Digga. Danke, dass du es hier reinhaust gerade. Einfach so, Freestyle-mäßig. Das wollte ich mir wirklich noch angucken. Ich habe es mir nicht gespeichert gehabt. Among Us oder Rust zusammenspielen, bis jemand einen unangebrachten Joke bringt in den falschen Kontext. Ja, das Skript steht vielleicht schon ein bisschen länger, but my videos need some time to produce it. Und boom, ein YouTuber oder eine YouTuberin mit einer Million... Ich mag den Dude nicht. Ich mag ihn, aber der Bart ist seit irgendwie schon eine Anmaßung, ne? Und ihr habt noch nie von ihr gehört. Deswegen abonnieren, damit wir auch eines Tages das Matan-Cosplay machen können. Schatz-Fuhr. Aber doch, so läuft es gerade nicht so, ähm... Schatz-Fuhr. Kennt ihr zum Beispiel El Margo? El Margo? Das ist mein Lieblings-YouTuber direkt nach dir. Cringe, Bro. Ich bin nicht auf Platz 1. Aber auch so weird, wenn jemand wie El Margo bei euch Platz 1 ist. No problem. Look at his Thumbnails. Dann wisst ihr, glaube ich, was euch erwarten wird. Vor allem bei dem läuft gar nicht mehr so krass, ne? Ich habe den sogar mal... Ich kann es nicht vorlesen, weil ich gesperrt werde. Einen Kommentar ist schon lustig, auch wenn es einfach nur eine Beleidigung ist. Ähm... Ich habe mit El Margo sogar mal gechillt. Letztes Jahr Gamescom? Vorletztes Jahr Gamescom? Genau, 2019. Da war ich am Samstag noch bei so einer Party irgendwie. Da haben sie so YouTuber getroffen in so einem Club. Da bin ich da auch noch hingegangen. Und da habe ich mit ihm sogar geredet. Also ich finde den auch eigentlich mega korrekt. Ja, mit dem Content kann ich halt tatsächlich auch nicht viel anfangen. Muss ich halt ehrlich gesagt zugeben. Aber so ist der halt ganz sympathisch, ne? Wir haben einen getrunken, ne? Am Ende sind wir noch auf Toilette gegangen. War echt ganz cool, ne? Je größer die Augen, desto größer die Views. Ach, dieses haben wir jetzt, ey. Hier hätte man sich mal rechtzeitig einen Platz im Reaction-Game gesichert. Boah, so ein Scheiß, Mann. Es ist schon wieder Zeit für ein neues Video. Gar keinen Bock, auf ein Video zu reacten. Warte, ich muss kurz mein Gesicht dehnen. Katar, ein bisschen die Augen noch größer machen. Perfekt, danke. Weil die scheinbar einfach eine Galerie von ihren ausgeschnittenen Gesichtern haben. Was schon komisch ist. Im Video machen wir noch sowieso genug Gesichtsausdrücke. Aber zurück zu Elmargo, bitte. Ja gut, aber das macht ja jeder YouTuber. Also selbst ich mache das halt so. Ich schicke Kevin immer so einen Ordner mit Bildern. Immer mal wieder, wo ich halt irgendwelche Gesichtsausdrücke mache, die er dann für Thumbnails nutzen kann. Es ist ja einfach klug, das so zu machen. Weil klar, man kann jetzt halt immer irgendwas aus dem Video senden. Aber voll oft, ähm... Na wohl, wie oft passiert das, Digga? Wie oft macht dein Cutter auch dein Thumbnail? Weil ich cutte das ja selber. Oder Bakur, der Thumbnail macht immer, äh, Capstar-Style. Beziehungsweise sollte ich ja sagen... Morgang! Äh, ich meine... Morgang! Yes, I'm not kidding. Aber ich erkenne jetzt irgendwie den Sinn von dem Video noch nicht so ganz. Ich weiß nicht. Hashtag Morgang. Bei ihm würde ich gerne so den Werdegang sehen. Morgang. Weil ich habe noch nie sowas gehört wie... Ey, hast du schon Elmargos neues Video gesehen? Die Reaction von Ongi auf Elmargo war echt krass, ey. Ey, ich habe gerade so einen richtig fetten Hashtag Morgang gemacht. Digga, Realtalk, ne? Ich habe schon seit Jahren nichts mehr von Elmargo gehört. Also wirklich nicht. Kriegt ihr was von dem mit? Jetzt will ich selber mal auf seinen Kanal gehen. Also ich habe ja das eine Mal mit dem geredet, aber ich habe nie wieder irgendwas von dem mitgekriegt. Obwohl der eine Million Abonnenten hat. Aber der existiert irgendwie so gar nicht, ne? In der YouTube-Bubble irgendwie. Ja gut, Klick sind halt... Ja doch, 100.000 sind... Ja, okay, Digga. Wenn du dich damit zufrieden gibst, ist das okay, weißt du? Also 50.000 ist natürlich schon so... Weee, Digga. Ich würde mir langsam einen Job suchen, wenn nicht du wär. Aber der macht halt so diese... Man kann sich anders sagen, halt Gammel-Reactions, ne? Passiert irgendwas krass und so... Boah, was? Ist das gerade wirklich passiert? Boah, heftig. Ist halt kein Content so, ne? Akinator kennt mich. Ja, Bro, natürlich kennt der dich, Digga. Er kennt jeden großen YouTuber. Okay, genug Logan, beziehungsweise Jake Paul, äh, Cosplay gemacht. Und ich hab auch nichts gegen, äh, El Margo, beziehungsweise Mats. Seine Community, beziehungsweise seine Zielgruppe, ist auch etwas jünger, wenn man sich die Kommentare anschaut. So, anyway, nicht, äh, mein Content so. But, äh, dazu später mehr. Wenn man sich seine Lieblings-Milis anschaut. Allesamt True-Actions vor zwei bis drei Jahren. Manchmal reichen, glaub ich, wirklich legit so das ein oder andere spirale Video. Und so ein bisschen Personality, damit die Leute guckst sind. Und bam, you're good to go. Ja, das war ja damals mit Pharao genauso, ne? Also hier, wie heißt der denn heute? Der heißt nicht mehr Pharao, sondern hier dieser Typ, der angeblich reich ist. Äh, der angeblich Bitcoin zu viel gemacht hat, hat sich ein Haus gekauft. Was kann ich noch überhin sagen? Mir fällt der Name nicht... Kyle Hoss, genau. Äh, bei dem war das ja auch so, ne? Hat ja auch so billige Reactions auf solche Videos gemacht. Und dann, äh, ja. Lief's? Lief's sogar ziemlich gut. Hat er dann irgendwann aufgehört, ne, damit. Sehr schön, wir sind wie auch so ein bisschen dreist. Meine Wunschliste an dich. Geht ganz schnell. Die Welt dreht sich immer um den YouTuber. Habt ihr wieder was gelernt, Kids? Erstens, du abonnierst mich. Zweitens, du aktivierst die Glocke. Drittens, du gibst einen Daumen hoch. Viertens, du folgst mir auf Instagram, TikTok, etc. Ab jetzt wird's wirklich wichtig, weil es geht nicht nur um Reichweite, sondern auch um Reichweite. Fünftens, du benutzt meinen Fortnite-Creator-Code. Sechstens, du wirst exklusives El Margo-Kanal-Mitglied. Exklusiv. Was ist daran exklusiv? Siebtens, du gönnst dir freshen, günstigen El Margo-Merch. Was? Ihr denkt, es ist ein gewöhnlicher schwarzer Pullover? Oh Mann, du übertreibst mal so, Active. Sein Merch wird's willkommen, dass auf dem Pullover stehen. Ich übertreibe nicht. Freshen und günstigen El Margo-Merch. Aber es ist wirklich günstig, ne? Ein Hoodie für 35 Euro, wenn man überlegt, Digga, bei Amar Studios zahlt sie dafür 80, ne? Und was? Nicht auf Lager? Hashtag Morgan. Oh, oh, oh. Hallo, hübsche Frau. Was steht denn da auf deinen Brust? Nimm doch einfach direkt dein Portemonnaie, wenn es auf deiner Wunschliste steht. Vielleicht war noch ein Girl? Die Achselist? Aber andererseits, wenn man im Reaction-Game drin ist, da lange relevant zu bleiben, ist, glaube ich, besonders schwierig. Obrox. Kennt ihr etwa Obrox nicht? Ich auch nicht. Ich bin schon zwölf. Aber auch ein Reaction-Youtuber. Ich kenne den wirklich nicht. Und der hat 600.000 Abonnenten. Das finde ich generell heutzutage so heftig. So früher waren, wenn du so 100.000 Abonnenten hattest oder auch eine Million, dann war das halt so mega heftig. So hast du gesagt, du hast eine Million Abonnenten. Ich meine, heute ist das so an sich immer noch krass. Aber ich entdecke so alle sechs Monate irgendeinen Kanal, den ich noch nie gehört habe, der eine Million Abonnenten hat. Wo ich mir so denke, hä, wo kommt der denn her? Ja, du hast noch nie von dem gehört, sogar auf einmal hat der so 50 Minuten Klicks im Monat. So, hä? Wie kann ich denn noch nie was davon gehört haben? Obrox kennt man. Ja, ich glaube, den kenne ich auch. Aber ist Obrox derjenige, der so lustige GTA-Videos gemacht hat? Mit so einem Affenskin? Ist der das? Oder der hieß ja irgendwie anders. Es gab mal einen, der hat das gemacht, den habe ich todes gefeiert. Der ist zwar auch todesunangenehm. Mit dem war ich auch auf der Gamescom. Und das war auf der YouTube-Party. Das war direkt irgendwie am Mittwoch oder so. Und dann habe ich da mit Dena geredet gehabt. Und also der war halt dabei. Mit dem habe ich vorher schon gequatscht gehabt. Also so alles cool. Und der hat dann immer so dumme Fragen gestellt. Und ich habe halt mit Dena ganz normal geredet. Und meine Freundin halt auch. Und er ist halt so zu meiner Freundin gemeint. So, hä, hä, sei mal ruhig, Digga. Wir verarschen den gerade wohl. Wir verarschen den voll. Ich so, Bro, ich rede ganz normal mit dem. Was für verarschen. Habe ich auf jeden Fall sehr gefeiert. Stimmt, das ist der Echt. Ich erkenne ihn wieder an seinem Gesicht. Schade, Digga. Diese GTA-Stands-Videos, die er gemacht hat, habe ich wirklich todes gefeiert. Da gab es einige, die ich halt sehr oft geguckt habe. Ja, halt einfach ein bisschen kommentieren, was so passiert. Und dann habt ihr eigentlich schon eure Reaction fertig. Also ein bisschen aufwendiger als Facebook-Reactions. Oha. Okay. Krass, Digga. Entschuldigung, krass. Oh, damn, das ist der F*** von heute, Alter. Hashtag MUL-GANG. Ja, Digga, diese Reactions strebe ich auch am meisten auf, Digga. Die bei Facebook, ehrlich. Wir müssen einfach mal so einen Stream machen, wo wir uns nur so gamme Reactions von Facebook angucken. Ist immer genau das gleiche. Ich muss auch leider sagen, Bartmann zum Beispiel, ich mag ihn eigentlich mega gerne, aber der macht jetzt genau das gleiche auf Instagram. Ich habe den auch deabonniert, deswegen. Digga, der guckt einfach irgendein Video. Wow. Oha, was macht er denn da jetzt? Er trägt nichts dazu bei. Wirklich gar nichts. Das machen diese ganzen Facebook-Leute auch nicht. Die gucken sich halt Realtalk einfach irgendwas an und tragen nichts dazu bei. Die sagen hin und wieder so, boah, heftig. Wow, was macht er denn jetzt? Boah, das ist ja schon krass. Und das ist halt der Content, wo ich mir so denke, Bro, warum soll ich mir denn deine Reaction dazu angucken? So, dann lass es doch. Ist ja nicht mal so, dass es unterhaltsam ist. Das ist nur so dieses, boah, krass. Oha, heftig. Was macht er denn jetzt? Also, er nimmt mir einfach das Denken ab. So, ich kann einfach mein Hirn ausschalten, kann das gucken und er denkt dann quasi für mich. Ja, stimmt. Ich finde das echt heftig. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es halt wirklich nicht. Leute, also, weißt du, wie krass... Digga, das ist halt... Sowas triggert mich halt Realtalk einfach, Mann. Ich weiß nicht, was das halt soll. Ja, quasi eine unge Reaction, aber auf Facebook und Instagram. Deswegen ist das schlecht. So, also entweder du machst halt vernünftige Reactions, wo du dir halt Mühe gibst, oder du lässt es halt einfach. Aber diese 5 Minuten extra Arbeit machen den Braten schon fett. Auf YouTube erwarten wir schließlich Qualität. YouTube Deutschland ist ja nicht umsonst fresher denn je. Kappa. Wie schon angesprochen, die Kommentare sind schon gut voll mit Kindern, sowohl bei Mats als auch bei Obrods. Und what can you say? Solche YouTuber leben ja auch teilweise davon, dass sie genug Kinder finden, die halt noch keinen Anspruch haben. Bei El Margo sind es etliche in die Richtung, Hey, ich heiße Charlotte. Ich finde dich so cool und sympathisch. Sympathisch, ja, Mann. Alter, Digga, Killburn. Junge Stufe 1 ab 6 Monate im Voraus. Vielen lieben Dank. Ehre auf jeden Fall. Danke sehr, Bruder. Süß, kannst du mich bitte auch grüßen? Küsse von einer vermutlich Elfjährigen, denn der Account heißt Sabine und gehört wohl der Mutter. Du musst widerstehen, Mats. Streich endlich eine Elfjährige aus deiner Bucketlist. Ich meine aus deiner Wunschliste. Und bei Obrods sind es, glaube ich, mehr so die Elfjährigen Boys. Du musst widerstehen, Obrods. Schreib doch mal das Video normal und commentiere die ganze Zeit und lass es doch mit deinem Gesicht. Man will das Video sehen und nicht dich die ganze Zeit. Wie viele Jahre Pech wirst du haben? Nicht 50 Jahre Pech, aber für mich null Pech und Glück. Junge, wie oft willst du noch an deinem Hirn? Oh, Junge, ey. Real Talk, ich habe solche Kommentare nicht bei mir. Real Talk, Digga. Zoomen, du redest auch so viel in letzter Zeit. Ich feier deine Videos trotzdem. Danke, Makoto. Kannst du mal dein Gesicht zu zoomen? Weißt du, was mich nervt bei deinen... Ich reakte gerade, warum sage ich danke, Digga? Videos, dass du immer so oft ranzoomst an die... Ranzoomst. Oh, Junge, Alter. Ich feier sowas mit. Ich liebe es, wenn Leute kein Deutsch können. Wenn die solche Fehler machen. Mahnfehler ist ja okay. Oder wenn man jetzt mal ein Wort ungefähr falsch schreibt. Also ein bisschen, weißt du, aber ranzoomst. So, das ist ja alles falsch. Da ist ja in einem Wort drei Fehler. Oder? Z und M fehlt. Ranzoomst. Die Camp. Du bist Schieße. Mach mal, dass man das Video sie... 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 Nicest Video. Hashtag 60 Minuten. Geil! Nee, das ist nicht dasselbe. Geil! Deine Videos sind cool. Und für Konzern, mein Video. Teilweise machen die halt auch Videos. Und what a surprise. Noch ein kleines Kind. Und das ist basically die Zielgruppe dieser YouTuber. Nicht, dass es schlimm ist oder so. Nein, meine... Views sind Views. Right. Also im Offensicht... Je jünger, desto besser. Weil die meisten jungen Leute haben kein Adblocker an. Ich weiß nicht, was ihr gerade dachtet. Ein guter Reaction YouTuber zu werden, braucht ja eigentlich nicht viel. Kinderfans finden, am Anfang ein bisschen Energie vorgaukeln, damit man die Kinder schön hyped, irgendwelche YouTube-Videos auswählen, um darauf zu reaken und eventuell nicht mehr Credits in den Beschreibungen geben. Lieber Obrox. Und eventuell ein bisschen deine Seele verkaufen, weil du innerlich dead bist, aber auf das Geld angewiesen bist. Und dann mit Like ein virales Video haben, um die ganzen Kinderfans abzugrasen. Deine Kinderfans sind ein bisschen wie Free Cash ohne Ansprüche. Man will vielleicht nicht mit denen interagieren, weil ich hab in den Kommentaren fast noch nie ein Herz von... Mats mit meinem Partner Clark. Alle Papiere in einem... Wieso macht der ja einen Place noch mit Clark, Digga? Seine Zuschauer dürfen noch nicht mal, äh... Hier, wie heißt es denn? Versicherung machen. Das ist schon mutig auf jeden Fall, ne? Allmago gesehen, außer bei sich selber. Aber Hauptsache, sie bringen die Zahlen nach oben. Wenn man jung ist, ist man besonders für einen Herren scharf. Was? So viele Abos und Views? Dann feiere ich die Person auch. Und bei Abdel so... Alle sagen, er ist doof nach der Aktion auf Madeira. Also bin ich jetzt auch gegen ihn, obwohl ich noch einen Monat vor dem Vorfall über die genau gleichen 10 IQ, wie das gelacht habe. Man muss die Kids halt nur richtig animieren. Warte, hat der... War das der gleiche? Alle sagen, er ist doof nach der Aktion auf Madeira. Also bin ich... Wer kann besser lügen? Abdel vs Lena. Ey, der kommt wieder, oder was? Ich jetzt auch... Guck mal, positive Bewertung ist das gut. ...gegen ihn, obwohl ich noch einen Monat vor dem Vorfall über die genau gleichen... Ich fühle die Kombination so krass. ...gleichen 10 IQ, wie das gelacht habe. Man muss die Kids halt nur richtig animieren und ihnen das Gefühl geben, Teil einer sehr exklusiven Community zu sein. Ja, wo du selber Kinder konntest. Na gut, ich persönlich muss halt auch sagen, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, wenn man auch eine jüngere Zielgruppe anspricht. Ich meine, das macht ja Paluten halt im Endeffekt auch. Ich persönlich finde es halt nur wichtig, dass man sich dann halt dessen bewusst ist, dass du halt einfach jüngere Leute in deiner Community hast und dass du halt dementsprechend reagierst halt. Aber ich sag mal jetzt zum Beispiel, also ich habe ja eine eher ältere Zielgruppe. Ich kann mir halt mehr erlauben in den Streams, sage ich mal. Aber wenn ich jetzt wüsste, dass mir halt im Durchschnitt irgendwie 10- bis 13-jährige Kids zu gucken, dann finde ich, hat man auf jeden Fall irgendwo noch mal eine andere Vorbildfunktion, weil du ja dein Content schon dann auch absichtlich so aufbaust, dass du halt so jüngere Leute ansprichst. Und ich finde, dann solltest du dich halt auch dementsprechend verhalten und halt auch eher werbefreundlicher agieren. So, ich bin 13, ich bin 13, ja gut, dann Pech für euch, ne? Selber schuldet. Ich weiß nicht, wie ihr hier gelandet seid. Ihr seid nicht meine Zielgruppe, Digga. und Bits und so weiter. Aber wenn ihr jetzt vier Jahre hier bleibt und dann vielleicht reich seid, weil ihr im Lotto gewinnt oder so, dann könnt ihr mir Geld donaten. Und dann guckt ihr mich so lange, dass ihr euch denkt, Digga, ich hab grad 10 Millionen Euro gewonnen. Ey, ich geb KuchenTV5 davon ab. Das wird passieren irgendwann. So, ne? Ich warte einfach drauf. Und, ähm, ja, ich finde halt, ich finde es nicht schlimm, dass man halt Videos für Kinder macht, weil ich sag mal so, Disney, Fillmore, Cosmo und Wanda sind auch alles Serien für Kinder. Da sagt ja auch keiner zu den Leuten, die das erstellt haben, so, machst du Videos für Kinder oder was? So, und, äh, warum sollte man halt nicht eine jüngere Zielgruppe ansprechen? Wie gesagt, sollte man halt nur aufpassen, du hast halt dann ein extra, äh, Dings hier, wie heißt das? Eine extra Vorbildfunktion einfach, der ich bewusst sein muss, ne? So. Dankeschön, Blizzard, dass du hier einen Zapf verschenkst. Und das finde ich jetzt einfach das Wichtigste. Aber sonst finde ich es halt nicht schlimm, dass man Videos für jüngere Leute macht. Ne? Wie gesagt, so ein paar Looten oder so macht ja auch Videos halt eher für Kinder. Und das ist ja auch nicht schlimm. So kann er doch machen. Ist doch alles gut. Ne? Finde ich halt nicht schlimm, um ehrlich zu sein. Warum sollte man kein Content für jüngere Leute machen, nur weil man älter ist? Solange man selber Spaß dran hat und dahinter stehen kann, ist doch alles nice, Digga. Oh mein Gott! Schafft ihr es, erster in den Kommentaren zu sein? Schreibt's jetzt rein! Oh mein Gott! Seid ihr schon bei den ersten 60 Minuten nach dem Upload des Videos dabei? Dann schreibt jetzt Hashtag 60minutengang in die Kommentare! Oh mein Gott! Hashtag Ja, wird Zeit für eine Reaction von mir, oder? Ja! Was geht? Hashtag ActiveGag in die Kommentare, wenn ihr zwölf seid. Ich meine, wenn ihr cool seid, aber ich weiß, dass ihr alle cool seid, deswegen schreibt es trotzdem in die Kommentare. Vielleicht grüße ich sogar einen von euch, aber nur, wenn ihr das Video bis zum Ende anschaut. Kennt ihr diese peinlichen Momente, die jeder mal hatte und so peinlich sind? Lasst es mich mit einem Like wissen und bei Guck mal, ich habe gerade mein Apple-iPad-Ding hier da vor meiner Apple-Watch. Warte, wie sieht das denn? Ich will das als Rennstrecke haben. Da, guck mal, das soll so eine Rennstrecke sein. Baut hier mal einer, bitte, für Mario Kart. Das ist ja nur heftig, Digga. Kranke Kurven. Bei 1000 Likes weiß ich, dass ihr cool seid. So, genug manipuliert. Schauen wir uns mal das Video an. Kann man gar nicht, aber. Okay, sie kommt. Egg, what moments we can all relate to. Und gerade aus der Toilette. Ich mache Commentary, Leute. Oh, Mann. Ja, das passiert mir auch immer, Digga. Graten, fetten Fladen gelegt, Alter, und dann läufst du da mit Klopapier raus, Digga. Jedes Mal. So oft passiert mir das auch, dass ich mir statt mit Klopapierstücken den Arsch erfische, mir eine ganze Klopapierrolle in den Arsch schiebe. So relatable. Okay. Hä? Gelber Schweiß unter den Achseln. Fühl ich extrem. Oh, mein Gott, Leute. Wie cool, ey. Ich wusste gar nicht, dass man einen Schal so benutzen kann. Die Mädels von der Hashtag Active Gang. Würdet ihr sowas tragen? Dann schreibt mir das in die DMs, wenn ihr volljährig seid. Und die anderen Mädels, kommentiert einfach unter dem Video. Ich lese das eh nicht durch. Okay, rote Schuhe. Cool. Eher ein Frauenproblem. Männer tragen keine Schuhe und Huhn absitzen. Ich muss natürlich hier das richtige Geschlechterbild auf euch erhalten. Okay, ein 3D-Stift. Oha, als ob. Ja. Es sieht nicht nur, dass das übel scheiße aussieht. Es dauert auch Jahre, bis du damit fertig bist. Das sieht ja aus wie Spaghetti. Würdet ihr sowas tragen? Oh, diese Masken so nervig. Aber wichtig, Leute. Ich nehme meinen Bildungsauftrag sehr ernst. Wobei so ein kleiner Shitstorm, wenn ich so auf Querdinger tue und so meine Kinderfans manipuliere. Egal. Oh Gott. Sonnenbrand. Oh, was macht man jetzt? Das tut bestimmt weh, ey. Das Problem haben wir zum Glück in Deutschland nicht. Aber ich schon in Dubai, wo ich ja keine Steuern bezahle. Und das ist das beste Land der Welt. Eww. Haare unter den... Ja, was macht man jetzt? Armen als Frau? Peinlich. Okay, das macht sie jetzt, um das zu lösen. Wait, what the frick? Okay. Nein. Nein, Digga. Das nicht nachmachen, Leute. Als ob die Karamellschmelzen das auf die Haare machen und das dann als Rausreißding benutzen. Ach du meine Güte. Oh, was ein Zottelmonster. Das ist immer doof, wenn man längere Haare hat. Was? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Endlich weiß ich, wie ich meine Haare in Ordnung kriege. Oh, yeah. Lifehacks. Oh, lass mich eben kurz gucken, wie lang schon die Aufnahme geht. Ja, das reicht schon für acht Minuten. Wie beende ich jetzt das Video? Und Abo da, Freunde. Und check eins in meinem WC aus. Echt draufklicken. Und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Sitzt der hinter einem Greenscreen? Der sitzt wirklich hinter einem Greenscreen, oder? Wenn du mal so guckst, das sieht echt ausgeschnitten aus irgendwie. Warum sitzt der hinter einem Greenscreen? Der könnte sich doch die Wand auch einfach so machen, oder nicht? Oder sieht das nur so aus? Ach, so einfach geht's? Okay, okay. Ähm, ja, wie ihr merkt... Das ist real, die Wand. Ach so. Ich liebe es, diese Videos zu machen. Dann hat er sehr komische Haare. Weil ich aufs Geld angewiesen bin, oder es zumindest eine nice Nebeneinnahme ist. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es mich nicht mit einem Kommentar wissen, weil ich mir das eh nicht durchlese, sondern mit einem Like und einem Abo. Ciao, ciao. Oh, was? Was steht da? Ohne Motivation, das will ich mal lesen. Sondern mit einem Like und einem Abo. Ciao, ciao. Ohne Motivation hat man keine Motivation. Jetzt kurz Real Talk. Im letzten Video über YouTube Deutschland habe ich es schon angesprochen. Ich glaube, wenn man YouTube langfristig machen will, dann führt wahrscheinlich kein Weg drumherum, so zumindest auf einem zweiten Kanal, simpleren Content zu machen. Einfach auch finanziell. Auch Video Game Dunkey hat ganz zufällig im Dezember gesagt, Yo, ich bin fertig damit, gute bzw. aufwändige Videos zu machen. Dann hat er im Dezember mehr Videos gemacht, die weniger aufwendig waren. Und jetzt seht ihr den Vergleich von November... Junge. Ja, es ist halt einfach so, ne? ...und Dezember. Und nochmal Markiplier, der das schon immer so gemacht hat. Boah, Junge. 238 Millionen Views im Monat. What the fuck? Das nur finanziell gesehen. Denn andererseits ist man gefühlt irgendwann halt out of ideas. Traurig irgendwie. Man setzt sich dem Marsch ab. Ja, naja, das Ding ist halt einfach, auf YouTube wird man halt für Werbung bezahlt. Und je mehr Videos du machst, desto mehr Werbung kann natürlich auch geschaltet werden. Ist ja ganz klar. Und wenn du natürlich nur ein Video in der Woche machst und das kriegt 100.000 Aufrufe, dann kriegst du für ein Video Geld. Wenn du in der gleichen Zeit aber drei Videos machst und du hast bei jedem 100.000 Aufrufe, kriegst du halt dreimal so viel Geld. Deswegen, es ist ja genauso wie er sagt, also um von YouTube halt sehr gut leben zu können, brauchst du einfach einen Zweitkanal. Ich hab das ja auch zum Beispiel jetzt gemacht vor zwei Jahren mit KuchenTV Uncut. Da hab ich ja auch 2019 gestartet. Und jetzt zum Beispiel ist es halt echt so, also der KuchenTV Uncut-Kanal, also ich könnte von dem alleine leben. Und ich mach ja nichts. Ich nehm das hier gerade auf. Ich drück auf Stop und lad das so hoch. Ich cutte nichts. Ich mein, heißt ja auch KuchenTV Uncut. Wäre ja dumm, wenn ich was cutten würde. Und ja, es ist halt wirklich, es ist krass, was du auch mit wenig Arbeit verdienen kannst, wenn du halt ein bisschen Reichweite hast. Und ja, bei Jürgen Bam ist das wahrscheinlich auch so. Also ich sag mal, jeder YouTuber, der halt klug denkt, macht das halt, ich sag mal, als Zweitkanal so was wie Reactions zu machen, ist halt einfach mega klug. Deswegen kann ich das zum Beispiel auch voll verstehen, dass halt Jürgen Bam und Rezo aufgehört haben, auf ihren Hauptkanälen irgendwie ein sehr aufwendiges Video in der Woche zu machen. Und stattdessen lieber auf ihre Zweitkanäle gegangen sind, wo man halt viel mehr Content bringen kann. So, hätte ich auch gemacht. So, überhaupt keine Frage. Weil es halt einfach viel mehr Sinn macht. So, ne? Und ja. Könntest du nur von Twitch leben? Ne. Ja, wohl. Ja, diesen Monat schon. Aber die anderen Monate waren tatsächlich nicht so unglaublich stark. Aber ich glaube, jetzt gerade könnte ich das ja. Aber dann, das wäre schon sehr knapp auf jeden Fall. Weil klar, man hat ja auch hohe Ausgaben dann einfach. Auto, Familie, ich habe eine Freundin. Auch mal selber höher und höher. Und dann ist kein Video mehr gut genug. Und dann im Worst Case kommt jemand und schreibt, yo, das Video war nicht so nice. Ich lese solche Kommentare so. Ja, war vielleicht nicht mein Besteswerk und so. Was innerlich so. Oh, egal. Lavig ist aber hier richtig auf 180, ey. Aber bei Reactions wird keiner schreiben, hm, dein Lach in meinem anderen Video hat mir besser gefallen, Mr. Unge. Immer Unge. Aber irgendwann ist man kreativ ausgelaugt. Wie eine tickende Zeitbombe, wo man kreativ gebornoutet ist. Und das will ich nicht. Aber wenn man seinen Maßstab schon immer low hält. Yo, was geht mit Hashtag Active Game in die Kommentare, wenn ihr schon Hype seid, dass auf dem Kanal nur noch Reactions kommen werden, weil ich aufs Geld angewiesen bin. Ciao. Krank. Ach ja, gutes Video. Kann man sich gönnen. Abonniert den Typen, unterstützt ihn ein bisschen, Digga, für die 100k oder so. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, ne?